Wir fangen bei 14 Tonnen an. Dieses Gerät wird dort häufig eingesetzt, vor allem im städtischen Bereich, wo es dann auf den kurzen Heck ankommt, weil dieses Gerät ist natürlich dort einsatzbar, wo es extrem eng wird. Und das ist gerade im Kommunalbereich erforderlich. Und auch generell für den Kommunalansatz. Wir haben Roadliner Ketten beispielsweise aufgesetzt. Sie können das Gerät mit Schild haben, mit Schiebeschild, mit Verstelausleger. Also die Produktpalette und auch die Optionenpalette ist dort relativ groß.